Wirken deine fertigen Gemälde matt und eher etwas flach? Ja, heute in diesem Video möchte ich dir eine einfache Technik vorstellen, die du sofort anwenden kannst, um mehr Tiefe und eine plastischere Wirkung in deine Gemälde zu bekommen. Und dabei meine ich nicht nur in der Acrylmalerei. Wenn dich das interessiert, dann bleibe ich einfach dran. Das größte Problem, warum Gemälde matt und flach wirken, ist ein zu geringer Kontrast im Bild. Damit meine ich, dass die dunkelsten sowie auch die hellsten Bereiche in der Malerei zu schwach herausgearbeitet wurden. Das Ergebnis ist ein Gemälde, welches keine Tiefe hat. Was kannst du jetzt tun, damit deine Gemälde in Zukunft eine plastischere und tiefere Wirkung bekommen? Ganz einfach. Zum einen musst du die dunklen Bereiche in deinem Gemälde stärker und intensiver hervorheben. Dadurch wird der Kontrast in deiner Malerei wesentlich erhöht. Verwende dazu nicht einfach nur schwarze Farbe, sondern nehme eine dunkle Farbe, welche sich im Farbbereich deines Gemäldes bewegt. Bereits nach diesem einfachen Arbeitsschritt merkst du, wie sich dein Motiv vom Hintergrund abhebt. Nun kommen wir zum nächsten einfachen Schritt. Jetzt malen wir in die helle Richtung. Damit meine ich die allerhellsten Bereiche sowie die Glanzlichter in deinem Gemälde. Erst durch das Herausarbeiten dieser allerhellsten Bereiche bekommt eine Malerei bzw. ein Motiv eine plastische und realistische Wirkung. Auch diese hellen Lichter sollten den Farben deines Gemäldes angepasst sein. Für Glanzlichter aber eignet sich oft einfach nur weiße Farbe oder ein sehr helles Blau. Probiere es am besten gleich selbst aus. Nehme ein Gemälde, welches in deinen Augen als misslungen gilt und arbeite dann die dunklen sowie die hellen Bereiche stärker heraus. Du wirst den Unterschied sofort erkennen. Na, das ist doch eigentlich ganz einfach. Wenn du alles rund um das Realistische Malen mit Akül lernen möchtest, dann schau dir in der Videobeschreibung meinen Masterkurs an. Ich hoffe sehr, du konntest in diesem Video etwas lernen und wir sehen uns bald wieder. Ciao, bis zum nächsten Mal.